Vielleicht werden Sie sich bei den Begegnungen mit den vier Menschen in diesem Buch wiederholt die Frage stellen, weshalb in Ihren Worten keine Bitterkeit und kein Hass zu finden sind. Die Güte und Wärme, die Sie ausstrahlen, stehen in starkem Kontrast zu dem, was Sie an menschlicher Grausamkeit gesehen und am eigenen Leib erfahren haben. Wer Ihnen heute begegnet, trifft auf ungebrochenen Lebenswillen, unzerstörte Hoffnung, tiefe Menschlichkeit. Hallo Menschen, heute möchte ich über Mut zum Leben, die Botschaft der Überlebenden von Auschwitz sprechen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das heute wirklich eine Rezension wird, denn erstens habe ich noch nie ein Sachbuch rezensiert und zweitens fällt es mir bei diesem Thema tatsächlich etwas schwer, so richtig objektiv, analytisch zurückzutreten. Deswegen wird es vielleicht eher eine Buchvorstellung und ein euch nahelegen, da es mich doch sehr berührt hat. Wie es der Untertitel auch schon andeutet, hier rekapitulieren vier Überlebende von Auschwitz eben ihr Leben und ich fand es unglaublich beeindruckend, wie warm und offen die durchs Leben gehen, trotz allem, was ihnen passiert ist und trotz des Fakts, dass sie das immer mit sich herumtragen. Das betonen alle immer wieder. Ich möchte euch auch von jedem einmal vorlesen, was er dazu zu sagen hat. Einmal wird es so ausgedrückt. Auschwitz ist unbeschreiblich, unvorstellbar. Ich kann nicht erzählen, was ich dort alles gesehen habe. Ich kann es auch nicht vergessen. Ich lebe damit. Und alle betonen das immer wieder. Ein zweites Zitat. Ich hätte die meisten Menschen meiner Familie mittlerweile auch unter normalen Lebensumständen verloren. Aber die Art und Weise, wie sie sterben mussten, macht es so schmerzhaft. Da kann einem niemand helfen. Die Wunden bleiben offen. Wir haben gelernt, damit zu leben. Vergessen aber kann man das nicht. Auch noch ein drittes. Wer Auschwitz-Birkenau überlebt hat, hat zwei Leben. Ein Leben vor Auschwitz und ein Leben nach Auschwitz. In dem Leben danach ist Auschwitz-Birkenau immer gegenwärtig. Unabhängig davon, wie lange es wird, ob man es aus dem Bewusstsein verdrängt, ob man darüber sprechen oder schweigen will. Auschwitz-Birkenau ist immer da. In jedem Augenblick. Tief innen, im Körper und in der Seele. Mehrere betonen, wie der Zusammenhalt untereinander und das Aufrechterhalten gewisser Rituale, wie zum Beispiel Zähneputzen, so was Alltägliches, wie das dafür gesorgt hat, dass sie so ihre Menschlichkeit bewahren konnten. Oder halt auch, dass sie miteinander reden konnten, dass es nicht darum ging, dem anderen das Brot wegzunehmen oder dergleichen, dass das dafür gesorgt hat, dass sie aus dem Ganzen irgendwie noch als Mensch herauskommen konnten. Gleichzeitig beschreiben manche, dass sie immer noch Schuldgefühle haben. Es gibt zum Beispiel ein Mädchen, das dann die schwere Arbeit unterbrechen konnte, um in einem Orchester zu spielen. Sie ist eigentlich Pianistin gewesen und die Orchesterleiterin, die auch gefangen dort war, hat sie gefragt, kannst du denn Akkordeon spielen? Und sie hat so gesagt, ja klar kann ich, muss ich mich nur mal kurz wieder eingewöhnen. Sie hat noch nie ein Akkordeon in der Hand gehabt, lernt es aber schon recht schnell und ist dann in diesem Orchester. Und unter anderem müssen sie halt erst spielen, wenn die anderen Leute zur Arbeit gehen und wieder heimkommen. Aber noch schlimmer für sie, sie müssen dann spielen, wenn die neuen Transporte ankommen, von denen halt ein Großteil sofort ins Gas geschickt wird. Und sie hat gesagt, sie hat in Auschwitz so viel erlebt, aber das war für sie das Schlimmste, dass sie fröhliche Musik spielen musste, wenn die neuen Transporte ankamen. Und ein anderer, der damals noch ein Junge war, man hat die dann auch so Birkenau-Boys genannt, die halt immer so Arbeiten auch zwischen den Lagern und so erledigen mussten, also zwischen den verschiedenen Kasernen und so, der hat dann später die Asche der Verbrannten im Winter genutzt, um sie auf die vereisten Wege zu streuen oder musste sie nutzen. Und das sind Sachen, die ihr ganzes Leben natürlich nie wieder vergessen können, die halt auch so eine gewisse Schuld in sie gepflanzt hat. Auch das Leben nach Auschwitz war zunächst wirklich schwierig. Anfangs wollte kaum jemand hören, was passiert ist, beziehungsweise selbst wenn man darüber geredet hat, war es halt wirklich schwierig, begreiflich zu machen, sodass die Überlebenden halt meist allein dastanden, wenn sie nicht eventuell zusammen dann irgendwo hingegangen sind, waren sie auf sich allein gestellt. Auch dazu ein Zitat, in dem eine Überlebende zu ihren Eltern zurückkommt, die Auschwitz nicht erlebt haben. Die erste Zeit mit meinen Eltern war schwierig. Die Rollenverteilung stimmte nicht mehr. Ich war mehr die Erwachsene als sie. Es war nicht möglich, meinen Eltern zu erzählen, was ich alles erlebt hatte. Wie hätte ich ihnen auch erklären sollen, wie meine Schwester starb? Sie haben auch nie danach gefragt. Es war eine schwere Zeit. Du musstest das Erlebte irgendwie allein verarbeiten und dich wie Münchhausen selbst aus dem Sumpf ziehen. Ja, und sie können das Ganze halt einfach nicht abschütteln. In Prag hatte ich später die Gelegenheit, eine Oper zu besuchen. Es war wunderbare Musik. Aber während der Vorstellung dachte ich darüber nach, wie lange es dauern würde, bis alle Menschen in diesem Theater vergast wären. Ich versuchte auszurechnen, wie viele Säcke mit Haaren von ihnen übrig bleiben würden und wie voll die Kisten mit Goldzähnen wäre. Das war unsere Realität in den Lagern. Ich sah keine Menschen mehr, sondern nur das Material, das von ihnen bleibt. Mein ganzes Denken war irgendwie verbogen nach diesen Erlebnissen. Ich war nicht mehr so wie die Menschen um mich herum. Das Leid und zum Beispiel der Hunger, was die in den Lagern erlebt haben, ist für uns wahrscheinlich unbegreiflich. Es gibt ja einen Moment, der mich auch sehr an Hertha Müller erinnert hat, in dem der Hunger beschrieben wird, welche Phasen es davon gibt und dass man anfangs noch ganz okay damit zurechtkommt. Dann geht es los, dass man fantasiert. Und als letztes steht hier, bis schließlich die letzte Phase eintritt. Dann, wenn man schon mindestens ein Drittel seines normalen Körpergewichts verloren hat. Alles um einen herum wird plötzlich so leicht und diskret. Es ist, als ob sich die Welt zurückzieht. Man vergisst seinen Namen und wo man gewohnt hat. Man weiß nicht mehr, ob man noch hier oder schon in der anderen Welt ist. Das ist der Zustand massiven Hungerns. Das sind Sachen, die darüber können wir lesen, aber ich glaube, begreifen kann man das nicht wirklich. Genauso sind es Sachen, die Gräueltaten sind ja eigentlich bekannt. Also ich habe ja nicht wirklich etwas Neues gelernt. Und trotzdem ist das immer wieder so erschütternd. Auch so Einzelheiten, die die erzählen. Die Schwester der einen wollte zum Beispiel in die Schweiz auswandern. Die Grenzsoldaten der Schweiz lassen sie allerdings nicht einwandern. Es stand jetzt nicht dort, warum. Schicken sie zurück und sie wird von den deutschen Soldaten ausschossen. Gleich an Ort und Stelle. Und wenn man so darüber nachdenkt. Und zum Beispiel auch bei diesen Todesmärschen. Bevor die Soldaten dann noch flohen, haben sie die zurückgelassenen Essensreste vergiftet. Damit dann die Gefangenen, die Marschierenden nochmal extra sterben. Obwohl wirklich alles schon vorbei war. Es konnte ja nicht mehr gewonnen werden. Und trotzdem haben sie das nochmal vergiftet. Und da streikt auch irgendwie manchmal mein Verstand. Also ich, ach. Das zweites Beispiel wäre auch, dass zum Beispiel das Krankenlager in Auschwitz den Namen eigentlich überhaupt nicht verdient hat. Dass das einfach nur Hohn ist. Eine der Inhaftierten hier hat die Geschichte erzählt, sie hatte mal, ich weiß gar nicht, war es die Ruhe? Und geht halt in diese Krankenstation. Trifft dort auf eine Ärztin, die sie aus ihrem Dorf kennt. Und diese Ärztin schreit sie an und brüllt zu ihr, dass sie verschwinden soll, weil sie einfällt, hierher zu kommen. Und im ersten Moment hat sie überhaupt nicht verstanden, was los ist. Warum schreit die mich an? Und erst später hat sie dann durchschaut, dass diese Ärztin ihr wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Denn wer dort mit einer Krankheit landet, der wird wahrscheinlich auch recht schnell vergaßt. Denn es ging nicht darum, die Leute zu heilen. Ein letztes Beispiel wäre auch noch, dass das internationale Rote Kreuz tatsächlich mal eines dieser Ghettos besucht hat und für gut geheißen hat. Es war alles schön, es ist doch toll. Und es wurde auch dort ein Propagandafilm gedreht, wo natürlich alles wunderbar ist. Und sowohl das Filmteam als auch die meisten Statisten, die halt auch vielleicht zufälligerweise gerade im Hintergrund waren, wurden dann recht schnell vergaßt. Einfach, weil die ja wussten, wie es wirklich ist und die rausgehen konnten. Und ja, es ist einfach immer wieder erschütternd. Alle der überlebenden sind unglaublich schockiert und auch verständloslos demgegenüber, wie halt so aktueller Neonazismus oder vielleicht auch sogar die rechte Regierung in Ungarn zum Beispiel aktuell wieder aufleben können. Das ist für sie so ein absolutes Unding und eigentlich alle betreiben deswegen so aktive Erinnerungskultur und kämpfen da so ein bisschen gegen an. Auch dazu nochmal zwei Zitate. Noch leben wir. Uns kann man nicht sagen, dass die Shoah nie gewesen wäre. Doch was passiert, wenn wir nicht mehr da sind? Es ist daher mein Bestreben, etwas zu hinterlassen und der Jugend etwas zu übergeben. Und das Letzte, was jetzt schon aus dem Nachwuchs stammt, der Friedensnobelpreisträger und Auschwitz-Überlebende Elie Wiesel sagte einmal, wer einem Zeugen zuhört, wird selbst zum Zeugen. Und so sind sie, verehrte Leserinnen und Leser, da sie dieses Buch nun aus der Hand legen, ebenso wie wir zu Zeugen geworden. Sie sind zu Zeugen dessen geworden, was der Mensch dem Menschen anzutun vermag. Und sie sind zu Zeugen dessen geworden, was der Mensch der Unmenschlichkeit entgegenzustellen vermag. Das betonen wirklich alle Überlebende, dass es tatsächlich auch nach Auschwitz halt wirklich weitergeht, dass man immer noch dazu fähig ist, Gutes zu sehen, positiv durchs Leben zu gehen. Ich finde das trotzdem immer noch unglaublich beeindruckend. Das ganze Buch ist auch so aufgebaut, dass es eher eine Art Erfahrungsbericht ist. Das heißt, die zwei Herausgeber lassen zum Großteil diese Überlebenden zu Wort kommen, eben auch wortwörtlich, es wird zitiert und nur ganz selten streuen sie halt mal so ein paar Erklärungen oder Fakten mit ein. Ich fand das eigentlich sehr angemessen für die Situation, dass sie sich jetzt nicht so anmaßen, die Geschichte der anderen erzählen zu wollen, sondern sie lassen sie eben selbst zu Wort kommen. Und von den paar Fakten, die sie einstreuen, hat mich nur einer auch wirklich erschüttert. Und zwar, mehr als 15.000 Kinder wurden von Theresienstadt aus in die Vernichtungslage des Ostens debottiert. Nur 250 von ihnen erlebten die Befreiung. Oder? Und wie ich es schon am Anfang gesagt habe, ich finde es so erstaunlich, welche Güte die aufbringen und dass sie wirklich nie die Hoffnung verloren haben, dass die so positive, warme Menschen sind. Und dazu nun ein allerletztes Zitat. An einen Gott kann ich nach Auschwitz nicht mehr glauben, aber ich glaube an die Menschen und ich glaube an das, was Menschen sich erarbeiten und wofür sie eintreten. Und das finde ich erstaunlich nach diesen Erlebnissen. Auch als eine Art große Vorbildfunktion, denn manchmal könnte ich mich schon stundenlang aufregen, wenn mich nur ein Kunde auf Arbeit schlicht behandelt und das ist halt im Vergleich dazu gar nichts. Insofern kann ich es euch wieder mal nur ans Herz legen. Es ist teilweise auch schütternd, was sie schreiben. Es ist aber auch so mitreißend, positiv. Regt einen auf jeden Fall zum Nachdenken an. Und darum doch einmal die Empfehlung. Mut zum Leben war wirklich ein sehr, sehr guter Einstieg in meinen Sachbuch September. Ich komme zum Leben auf. Untertitelung des ZDF, 2020